Hallo Leute, willkommen zur weiteren Folge von Bloons Taudi Fan 6. Gestern haben wir uns zum Spaßjahr mal ein paar Bewertungen zu Bloons Taudi Fan 6 angeguckt. Und die Kritik am Spiel, die war sehr, sehr merkwürdig. Und ein Kritikpunkt, den ich immer wieder gelesen habe, war, ey, das Spiel ist Pay2Win, das Spiel ist scheiße. Und ich habe das nicht so ganz verstanden, weil ich weiß nicht genau, wo der Pay2Win-Faktor herkommen soll, weil hier oben beim Geld, wenn wir da mal gucken, da können wir uns Geld kaufen, so, okay, gut, was können wir mit dem Geld anstellen, äh, da können wir uns die Kräfte holen, die helfen ein bisschen aus in den ersten Runden, aber ich glaube, um den Level 100 Ballon zu killen, musst du irgendwie 200 Mal Superaffensturm rausholen oder so, und das ist nicht so ganz Pay2Win, aber es gibt natürlich einen Geldverdopplungsmodus, und ich dachte, das ist wie die heute. Lass uns heute mal versuchen, Pay2Win zu gehen, und zu versuchen, als Pay2Win-Spieler das Spiel zu gewinnen, also, ich haue mir jetzt den Geldverdopplungsmodus rein, habe ich hier Geld für ausgegeben, außerdem mache ich eine andere Sache, die Pay2Win-Spieler bestimmt machen, was ganz, ganz doof und gemein ist, und zwar kaufe ich mir jetzt keine Kräfte, sondern man kann sich Insta-Affen kaufen. Das ist eine Sache, was hoffentlich niemand macht, weil es meiner Meinung nach eine Geldverschwendung ist, weil du kannst dir nicht mal Stufe 5 Affen kaufen. Also, ich kann 7 Euro ausgeben, und für 7 Euro bekomme ich 10 Stufe 4 Affen. Das ist okay, aber ist jetzt auch nicht so der Überdeal, und ich dachte, bis wieder heute, lass uns mal die Challenge machen. Wir werden Pay2Win gehen, was aber so viel heißt, wie ich werde mir hier Insta-Affen holen, und ich darf in dieser Runde nur die Affen benutzen, die ich im Stufe 4 Insta-Paket bekomme. Damit es ein bisschen schwerer ist, wählen wir auch eine Map aus, die nicht so leicht ist, und außerdem gehen wir in den Modus Unplatzbar, der auch nicht so leicht ist. Und, äh, ja komm, gib mir das. Gib mir das. Wir sind Pay2Win. Wir geben mal kurz die 7 Euro aus. Ganz böses Pay2Win-Spiel. Okay, ich muss mir das jetzt merken. Ich mach sogar, glaube ich, lieber Fotos davon, damit wir es wirklich im Kopf haben. Wenn ich übrigens keinen Affen kriege, der Tarmalons angreifen kann, dann habe ich ein Problem. Muss man auch dazu sagen. Äh, ich darf einen Helden auswählen, das ist auch klar, aber... Klebstoffaffe. Freibeuteaffe ist gut, der für Kohle ein bisschen. Easy. Zack. Hubschrauber, sehr gut. Ist zwar scheiße, aber kann Tarmalons angreifen, gut. Der Scharfschütze mit der schlechtesten Skillung, die der so haben kann. Bin ich kein Fan von, ehrlich gesagt, aber gut. Den darf ich benutzen. Check. Boomerangaffe. Check. Außerdem Druide. Okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Check. Also Kleinvieh ist schon mal safe. Alchemist ist richtig, richtig gut. Check. Aber ich bräuchte jetzt noch was gegen Tarmalons. Weil ansonsten wird das vielleicht ein bisschen schwer. Und wir kriegen den Affenpionier mit 4-0-0. Check. Druide mit 2-0-4. Okay. Ich darf einen Druiden benutzen. Check. Uuuuh. Ich darf den Roboaffen benutzen, aber auch nicht so, dass ich Tarmalons angreifen kann. Check. Und das war's. Hm. Ich darf einen Helden benutzen, ne? Der nehme ich einfach Etienne. Der nehme ich einfach Etienne. Wir machen das so. Wir machen das Pay to Win. Und ja, der Titel ist vielleicht ein bisschen reißerischer. Aber mir ist aufgefallen, was die Titel angeht. Da bin ich ein bisschen dösig geworden, sage ich mal. Und die Titel sind alle ein bisschen unspektakulärer gewesen. Deswegen, ich versuche jetzt die Titel wieder ein bisschen griffiger zu machen. Können wir machen Finstere Burg. Habe ich Bock drauf. Finstere Burg. Und wir machen das auf Unplatzbar. Okay, das Ding ist, der Anfang wird relativ leicht. Ich habe ja so viel Insta-Affen, die ich raushauen kann. Mit welchen Affen fange ich an? Ich habe ja jetzt eine große Auswahl. Ich glaube, der beste Start ist tatsächlich der Sniper. 1-4 ist zwar nicht geil, aber der kann nicht darüber angreifen. Oh. Aber der Sniper sollte wahrscheinlich das Beste sein für den Beginn. Soll dann... Ich habe nur einen Alchemisten. Ich platziere den... Ich platziere den nach oben. Ich platziere den nach oben. Ich mache den hier hin. So. Der ist komplett außen vor. Jetzt von allen. Aber ich will nicht, dass der einen Alchemisten-Trank wegnimmt. Ich will, dass der einfach nur chillt. Und was ich auch machen sollte, so früh wie es geht... Ich kann natürlich jetzt alle schon direkt raushauen. Aber ich will mir erst so ein bisschen einen Plan machen über Taktiken und so weiter, bevor ich jetzt alle raushau. Aber wenn ich auch raushauen sollte, wäre der 0-4-1. Ich mache den da hin. Weil der kann ja Geld machen tatsächlich. Und deswegen, ich ballere den lieber jetzt raus. Und dann können wir so ein bisschen extra Kohle machen. Wir haben ja eh den doppelten Geld-Modus an. Deswegen sollte das sowieso klar gehen. Aber Etienne haben wir natürlich auch raus. Ich sollte... Okay. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Gut. Wir können jetzt Kohle machen. Wir haben das Setup. Wir werden Pay-to-Win-Leute. Und es wird hier ganz entspannt sein. Es wird hier keine schwere Challenge sein, weil das Spiel ist ja Pay-to-Win. Wir haben ja alle Bewertungen gelesen. Das Spiel ist ganz, ganz böse Pay-to-Win. Und wir werden deswegen ganz entspannt hier durchrennen. Weil... Blumstar und ich von 6 ist ein Pay-to-Win-Spiel. Das haben die Boomer auf Steam erkannt. Ich mache erstmal Alchemisten. Sorry. Ich will das kurz abarbeiten mit einem Alchemisten. Weil um den dreht sich am Ende hier alles. Übrigens richtig, richtig stark von der Skillung. Der ist richtig gut. Okay. Der soll das alles boosten. So. Ich mache den mal so und hoffe, dass es passt. Okay. Nehmen wir nochmal die Fähigkeit. Ich muss langsam auffassen mit den Time-Ballons. So. Den haben wir jetzt aber auch rausgehauen. Äh... Er fliegt von mir jetzt Patrouille. So. Mit Maus folgen Patrouille. Aber gut. Der kann Time-Ballons angreifen. Hätten wir das auch schon mal abgehakt. Bevor Etienne auch den Boost dafür gibt. Okay. Wir haben auch 11.000 über. Also ich könnte schon eine, eine richtig gut verbessern. Ich bin am überlegen, ob ich das Pay-to-Win-mäßig nicht anders machen soll. Ob wir es vielleicht nicht ein bisschen klüger machen sollen. Ich kann auch hier oben einmal skillen. Da macht er noch mehr Schaden. Ja, kommt ein Geschenk. Machen wir. So. Weil der Weg ist einfach ein bisschen länger. Und das heißt, der Sniper kann früher angreifen, länger angreifen. Das sollten wir mitnehmen. Das sollte wichtig sein. Und jetzt hauen wir dann den Superaffen raus. Den 2-4-0-Affen. Und den machen wir dann mal hier in den Knick. So. Und der ist ja relativ stark. Der ist ja auf jeden Fall ein Killer. Jetzt haben wir ja auch die Fähigkeit. Also das ist in Ordnung. Das, was wir jetzt draußen haben, sollte uns genügen, um Runde 60 zu überleben. Das ist in Ordnung. Und ich sollte das jetzt auch mal ein bisschen taktischer machen. Also wirklich taktisch. Und ich sollte jetzt sparen auf den Waldgeist. Der kostet zwar 42. Nevermind, nevermind, nevermind. Ich habe eine wichtige Einheit vergessen. Leute, wir sind Pay-to-Win. Und trotzdem vergesse ich Sachen. Und zwar der Freibeute-Affe. Wir haben hier einen 004-Freibeute-Affen gekriegt. Ich habe den noch nicht rausgehauen, was ein Fehler ist. Wir sind jetzt gut Geld durch die Lappen gegangen. Nicht du. Äh, da, dich. Zack. Ja, ja, ja. Der ist mir ein bisschen Kohle durch die Lappen gegangen. Ich mache es, aber das wird sich im Leben nicht refinanziert. Und stark ist er auch nicht. Aber ich habe es mal gemacht. So, jetzt haben wir fünf Einheiten draußen, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mathematik ist mein Hobby. Okay, gut. Und, äh, falls ihr übrigens mehr Contents zu Blutensorti von 6 feiert, ich habe es noch nicht erwähnt, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben nämlich überhaupt abonniert. Und es würde mich sehr freuen und würde mir sehr weit helfen, wenn ihr die Quote ein bisschen nach oben ballern würdet. Und der Freiwälderaffe, der ist jetzt da fürs Geld. Haben wir rausgehauen. Und komm, ich hau mal den Rest raus. Ruinen zum Beispiel mit 2,04. Ich weiß, dass der Bett am Ende vom oberen Weg kommt. Das heißt, es ist okay, wenn ich den hierhin platziere. Dann hauen wir jetzt den Pionier raus. Wo ist der Pionier? Ich mache den mal so weit weg, wie es geht. So. Sehr gut. Erstmal baldgeist. Zack. So, sehr gut. Jetzt haben wir noch zwei Einheiten, die wir raushauen können. Und zwar einmal der Klebstoffaffe mit 4,0,0. Machen wir eben mal. Da, Klebstoffaffe 4,0,0. Den machen wir mal da hin. So. Und außerdem noch ein Boomerang-Affe, wenn ich mich nicht vertan habe. Boomerang-Affe 0,0,4. Und den machen wir dann mal da hin. So, was jetzt wichtig ist. Erstmal checken, haben wir alles rausgehauen. Also, ich gucke nochmal nach. Wir müssten einen Superaffen draußen haben. Einen Druiden. Einen Affenpionier. Alchemist. Druide. Boomerang-Affe. Scharfschütze. Hubschrauber. Freibeutelfe. Klebstoffschütze. Und ich glaube, wir haben alles draußen. Plus Etienne. Ja, Leute. So ist das Leben, wenn man Pay2Win ist. Du hast einfach in Runde 58 schon alle wichtigen Einheiten draußen. So ist das Leben. Wir sollten permanent gebräußskillen. Damit der Alchemist auch seine maximale Stärke ausspielen kann. Weil ich glaube, der sollte wirklich dann alle boosten, die er boosten kann. Und wir rennen jetzt eh gerade durch. Es ist ja Pay2Win, Leute. Es ist ja ein entspannter Lauf. Warum bin ich überhaupt so angespannt gewesen? Es ist doch ganz entspannt, dass das Spiel entschieden hat, dass ich diese abbenutzen kann. Weil wir haben ja das gemacht, was Pay2Win-Spieler machen. Das war damals anders, das Spiel. Aber jetzt ist es richtig böse Pay2Win. Okay. Wir kennen jetzt wirklich alles ganz normal. Äh, bumm. Es läuft aber gerade so gut, wir haben hier mehrere Einheiten, die noch nicht einmal Schaden gemacht haben. Einmal hier. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Oder hier oben. Ja, ja. Der Waldgeist hat am meisten Schaden gemacht. Der hier oben hat jetzt am zweitmeisten Schaden gemacht. Aber werdet ihr am Ende sehen, am Ende wird der vielleicht so Platz 5 sein vom Schaden. Vielleicht. 73.000. Oh, das war ja ein Sprung, Alter. Okay. Wir haben 80.000. Ich weiß nicht, wie das geschehen ist, aber Runde 76 hat uns gut Geld gegeben. War eine feine Sache. Okay. Uns fehlen dann noch 30.000, ne? Ja, 30.000 fehlen uns noch ungefähr. Also jetzt auch nicht so, ja, mit der richtigen Taktik kannst du das schaffen. Nee. Auch mit der richtigen Taktik kannst du Runde 95 nicht schaffen, wenn keiner DDTs angreifen kann. Das hätte nicht funktioniert. Wir hätten vielleicht so ein bisschen kaputt gekriegt, aber am Ende des Tages wäre es ganz erbärmlich geworden. Deswegen, wir brauchten Etienne. Ey, nur für Leute, die jetzt meckern. Leute, das ist Pay2Win. Ich kann nur machen, was ich will. Ich hätte sogar wahrscheinlich direkt am Anfang Etienne 10 Level kaufen können. Ist übrigens auch teuer, am Anfang 10 Level kaufen für einen Helden. Ich weiß nicht, warum es im Spiel drin ist. Aber gut. Antibluen. Boom. Und jetzt kann ich mit meinem Geld hier machen, was ich möchte. Ich hab hier die Verbesserung, ich hab hier die Verbesserung, ich will die Verbesserung. Das sind erstmal die wichtigen Sachen. Kann mir vielleicht als Funfaktor die Extra-Tallenge geben, dem Bett aus Runde 100 kaputt zu kriegen, bevor der Freibeuter Affe Schaden machen kann. Das heißt, ich sollte ihn verbessern. Und ich sollte wahrscheinlich auch ihn verbessern. Oder ihn. Damit wir wirklich möglichst schnell den Schaden raushauen. Aber ich glaub, das geht nicht, oder? Ach, weiterer Funfakt übrigens, den ich ganz übersehen hab. Und zwar, der Droide boostet ja auch den Waldgeist. Ich glaub, wir kriegen das hin. Das Handelsschiff soll am Ende 0 Schaden machen. Wenn der die ein bisschen langsamer macht, könnte das am Ende die entscheidenden Prozente ausmachen, dass er keinen Schaden macht. Das ist nochmal wichtig. Er darf nichts machen, außer Geld. Na gut, dann machen wir noch den Blumenlöser. Also, ich könnte Moabbeherrschung noch anpeilen. Aber das kostet 72.000. Da komm ich doch niemals hin. Auch mit dem doppelten Geldmodus. Auch mit allen anderen Sheets, die ich hab. Ich muss nochmal kurz ein bisschen Pay-to-Win gehen und nochmal Erfolg kaufen. Nochmal mehr Geld. So, Runde 95. Da müssen wir jetzt Fähigkeiten raushauen. Weil jetzt kommt die Welle an die DCs. So, vielleicht kommt Nummer 1. Das Handelsschiff darf nichts machen. Wir müssen alles rechtzeitig killen. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir haben noch die Fähigkeit vom Anti-Bloon. Mutfalls. Sehr gut. Sehr gut. Handelsschiff. Handelsschiff. 0,0 Schaden. Die Runde haben wir jetzt auch gestoppt gekriegt. Perfekt. Er hat 0 Schaden ist jetzt gemacht. Sehr gut. Okay, okay. Oh. Das war ein bisschen knapp. Er hat... Nein! Ich hab gepennt. Ich hab gepennt. Schade. Aber wir haben's geschafft. Ganz, ganz locker haben wir's geschafft. Pay-to-win, Leute. Mit der Pay-to-win-Taktik haben wir's hingekriegt. Ärgerlicherweise 400 Schaden. Ärgerlicherweise 3 Schaden. Deswegen, man kann sich ja auch noch andere Sachen kaufen. Zum Beispiel Affenwissen kann man sich holen. Ist ja nicht so, dass du nach ein bisschen Spielen einfach Affenwissenspunkte über hast. Ich hab 10 über. So. Ich hab alles durchgeskillt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr weitere Ideen habt, schreibt doch mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.